Anna-Maria Markovic, Golden Eleven gegen die Pro-Tatos, die Truppe von den Pro-Tatos. Odenthal, Maike Odenthal und das ist der neue Torhüter für die erste Halbzeit, Mario Selic. Santos bleibt stabil und Willstreit, das sind seine Situationen, Max Willstreit. Schadkowski, schwer zu nehmen, guter erster Kontakt und dann Lennertz. Und jetzt ist er da, der Treffer durch Santos. Leonardo dos Santos, der Torschütze, fünftes Torschirm für ihn im sechsten Spiel. Zieht damit gleich in der internen Torschütze mit Max Willstreit. Und Willstreit legt noch einen drauf, Max Willstreit 2-0. Oha, innerhalb von einer Minute. Becerra nicht eng genug dran. Und dann Max Willstreit mit seinem Körper, so kennen wir ihn, sechster Saisontreffer. Und drippelt diese Position an, bleibt diese Position. Wir kommen an denen hier relativ leicht vorbei, in diesen Streifen. Und aus dem Streifen, es bleibt nichts anderes übrig, müssen wir schießen. Jetzt Schadkowski, jetzt kann er mal anbribbeln da. Max Schadkowski. Wievod ist jetzt wieder am Start im Tor. Vorteil weiterlaufen gelassen. Und Golden Eleven kommt mit Becerra. 2-1. Kramer hat das, was er will. Ein Treffer. Besetzung passt jetzt vorne ein bisschen besser. Das ist der erste Treffer. 1-2. Willstreit, Doppelpack, 3-1. Gerade in die gute Phase der Protatos rein. Treffer Nummer 7. Santos und Willstreit, was ein Sturm-Duo. Die verstehen sich blind. Und... Scheller. Beinah. Vorne immer zwei Anspielstationen. Das wollte Kramer. Und dann so ein Distanzding. Schön die Breite gehalten von Golden Eleven. Dadurch ist in der Mitte, im Zentrum natürlich auch ein Tick mehr Platz. Und diesen kleinen, diesen kleinen Platz nutzt Philipp Meisner zum Anschlusstreffer. 3-2 nur noch. Kramers Idee geht auf. Aber sie haben auch einen gefressen. Deutlich hat Golden Eleven jetzt das Offensivvisier hochgeklappt. Becerra. Zweiter Treffer für ihn. 3-3. Und das Hörstehen, das lohnt sich. Der Mut von Golden Eleven zahlt sich aus. Ein ganz anderes Gesicht jetzt. Vom Team von Chris Kramer. Was entwickelt sich denn hier jetzt? Das 4-3. Emil Gahn! Golden Eleven dreht die Veranstaltung hier. 4-3. Spektakulär. Becerras. Schuss als Ausgangspunkt. Viverroth gibt alles. Und Emil Gahn mit diesem Seitfallzieher. Es entwickelt sich ein eskalativer Abend für Chris Kramer. Und Chris Kramer steht im Feld. Das merkt der Ref. Das merkt der Ref. Und es wird Galaxy. One on one. Schöller. Und Schöller. Und Jamalovic darf da nicht mit der Hand hin. Nur drehen vor. Und Schöller. Die Protatos drehen das hier. Zwei Minuten auf den Golden Eleven. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Also, nach 15 Sekunden muss schon abgedrückt werden. Aber die lässt er natürlich runter. Rattan. Schöller ist der Held. Die Protatos drehen auf sechs hier. Emil Gahn trifft nochmal. Das ist aber nur Ergebnis Kosmetik. 6 zu 5. Die Protatos holen den Sieg. 5. 4. Das ist derzeit. 6. 100. 10. 14. Untertitelung des ZDF, 2020